Sie sind hier, 3. Dezember 2018, 12.25 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Arn Peifer verpasst das Biathlon-Einzelrennen in PoQK Urheberrecht, der die Images Arn Peifer verpasst, auch das erste Einzelrennen der Saison. Der 31-Jährige hatte bereits am Sonntag seinen Start in der Mixed-Staffel abgesagt. Sprint-Olympiasieger Arn Peifer wird beim Biathlon-Weltcup in PoQK auch das erste Einzelrennen der Saison verpassen. Der Deutsche Skiverband teilte mit, dass der 31-Jährige am Freitag im Sprint starten soll und den Klassiker über 20 Kilometer am Mittwoch noch auslässt. Biathlon-Weltcup in PoQK, 20 Kilometer Einzel der Herren am Mittwoch ab 14.15 Uhr im Live-DK, Peifer hatte eigentlich schon am Sonntag in der Mixed-Staffel laufen sollen, aus privaten Gründen war er aber nicht angereist. Von Sportinformationsdienst Bis zum nächsten Mal, 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 bis zum nächsten Mal.